Willkommen liebe Clasher bei mir im ToasterCatuto beim Clan, wo bin ich eigentlich hier? Dead Reaper, ich bin hier freundlich aufgenommen worden vom Barbo King, ich weiß nicht ob ihr noch kennt, ich wusste dass er seinen eigenen Clan hat und er war mal mit zwei Accounts auch bei den True Warriors und er hat mich in netter Weise aufgenommen, aus den Kommentaren habe ich dann auch noch das Clan Tech dann irgendwann gefunden und bin mit dem Chief jetzt hier denke ich mal erst mal bis zum RH9 drin und wahrscheinlich auch noch so zum RH9 Start, aber ihr habt es dann im Subnail gesehen, Gibatsch ist ja im Moment das Event hier und ich muss ja jetzt mal so langsam auch mal mit dem Barfuß hier anfangen, denn die 90 Games kann ich sicherlich ganz gut gebrauchen, die EP auch und man kann natürlich so ein bisschen ja so ein bisschen trainieren. Gibatsch übrigens Event ist hier, hier ist es ja in Englisch beschrieben, Giants, Barbs and Archers, das witzige ist im Deutschen heißt es auch so, dürfte eigentlich nicht so heißen, sondern es müsste dann ja eigentlich heißen Ribatsch, also hier kann man es ja ganz klar rauslesen, also Giants, Barbarian and Archers, im Deutschen ist das dann halt Giants, Barbaren und das RCH kommt aus Bogenschützin, keine Ahnung, ich weiß nicht wo es herkommt, aber das heißt im Deutschen genauso gleich, da hat sich Supercell mal auf die 1 zu 1 Übersetzung nicht eingelassen, dann hieß es irgendwie so Ribabo oder so, kann man also auch so nennen und ich werde euch das ganze versuchen hier ein bisschen vorzustellen, also wir machen das ganze mit dem R8, R9, R10, R11, also mindestens 4 Angriffe inklusive suchen und schon haben wir wieder eine Folge rum, ich könnte viel viel mehr machen mit euch, ich würde auch viel 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 lieber mal wieder überhaupt zwischendurch mal einen Livestream bringen, also nicht nur immer samstags, aber es ist auch wirklich verdammt schwer für mich das zeitlich hinzubekommen und wir gehen da mal rein, ich habe natürlich jetzt so ein bisschen angelehnt, habe ich das ganze an die Clanspiele hier, die laufen hier natürlich noch, das heißt ich muss 6 Sterne machen innerhalb von 4 Stunden 22, das sollte mir irgendwie gelingen, ich weiß nicht wie ihr das macht, ihr seht ja ich bin hier relativ weit unten in der Liga, also da kriege ich das dann natürlich immer irgendwo zusammen, aber sobald man natürlich ein bisschen höher kommt und liest hier, also mit den anderen Accounts, wo ich ja so ein bisschen Champions League bin oder, ne Champion ist glaube ich im Moment keiner, ich bin mit jedem minimal im Moment in Meister, weil da habe ich immer die Krise gekriegt, denke ich dann, ach du Scheiße, ne Riesen und Bartstruppen, oh Gott, damit muss jetzt was reißen, weil wir müssen ja, wir müssen ja mindestens gewinnen. Mit dem Account hier kann ich allerdings auch gerne noch ein bisschen pushen, denn der Account hier war noch nicht mal in der Meisterliga, das heißt also die 1000 EP hole ich mir natürlich jetzt mal irgendwann ab, aber mal gucken, dass wir hier mal ein bisschen, bisschen Loh zusammenkriegen, wir nehmen uns mal die Basic, die ist jetzt nicht ganz so super stark, was habe ich in der Clan Book, super, super vielen Dank und ich habe hier mal eine Armee genommen, die sich so ein bisschen, sieht ein bisschen anders aus gegenüber der, die ich euch nachher beim RH 9, 10 und auch 11 zeige, das werdet ihr dann aber sehen, dass ich da so ein bisschen differenziere, so je nachdem, wie ich auch zu irgendwas Lust habe, muss ich, muss ich auch mal so sagen und so, jetzt muss ich aber meine ganzen Truppen hier mal rein spammen, ja, das ist gut, dass ich demnächst auf dem RH 9 hier einen Sprungzauber habe, aber da gehen jetzt meine Barbaren nadenlos hier durch, jetzt muss ich, ich schmeiße hier einfach mal ein Heil, weil der King geht da gleich rein und jetzt gehen hier auch die ganzen Barbaren rein, ja, das ist schon mal, äh, schon fast ein Stern, ist schon fast ein Stern, ich habe mir natürlich überhaupt kein Cleanup jetzt gelassen, aber schön, schön in der Mitte gekommen, hier jetzt auch mit dem King, der muss jetzt hier das Ganze, die ganze Meute hier tanken, macht er auch und, äh, jetzt lassen wir eben mal die Magier noch das Lager machen, jetzt zünde ich den da mal an der Ecke, das war da gleich irgendwie noch ein bisschen reinkommen, die Base war natürlich nicht so super stark, von der Defense her ist das natürlich kein Max R8 und, ähm, aber ich denke mal, ich schaffe sie auch nicht ganz, ähm, mit nur, mit nur Magiern oder so, will ich mal so fast fast behaupten, schaffst du natürlich so eine Base hier, vielleicht auch ein paar Hawks dabei oder sowas, es reicht ja, zwei Sterne haben wir geholt, drei Angriffe muss ich mit diesem Account hier ja letztendlich auch nur hinlegen, wir haben ganz gute Ressourcen geholt und ich will ja in jedem Fall die Pötte hier voll haben, denn in vier Tagen geht es hier auch mit RH 9 los, ich freue mich natürlich tierisch, ich habe ja im Moment echt gut zu tun, 7 ist auf 8 gegangen, 8 geht auf 9, meine 10er oder mein 10er, 11er sind auch fleißig dabei, weiter zu leveln, die beiden 9ern Eiern natürlich mit ihren Helden rum, das dauert leider, ähm, ist aber gar nicht mal so schlecht, die können dann schon mal, zumindest der eine muss dann noch seine 1000 CK-Sterne machen, ja und ich denke mal 75 Prozent, nochmal sehen, ob hier hinten, na, ich glaube aber nicht, die Magier werden, glaube ich, ein bisschen, bisschen schneller sein gleich als die Riesen, die gehen ja sowieso drauf und dann gehen die beiden Magier auch flöten, ja gar nicht mal so schlecht, ich wechsle jetzt auch hier direkt am Tablet auf einen RH 9 Account und am PC mache ich dann 10 und 11 mit euch fertig und dann seht ihr mal die Veränderungen, schade, da oben war noch das Lager, ich muss mir also vielleicht so ein bisschen hier auch die Truppen mal so ein bisschen aufteilen, jetzt haben wir aber schon mal zwei drin, das ist nicht schlecht und, oh, wir sind hier in der Suche, ähm, man hat mich freundlicherweise mitgenommen, aber wie immer das Problem, ich mache das immer so, ich mache immer den, die drei Minuten Giftsfeld mache ich weg, dann kann ich die ganze Armee noch mal trainieren, denn jetzt habe ich den ersten Zähler auch hier, das heißt also mit einem Schlag will ich eigentlich alle drei fertig machen, ich habe auch schon mal verloren, also mit meinem ganz, ganz frischen R8, da habe ich auch, habe ich das heute nicht geschafft und jetzt wechsle ich aber erstmal eben auf den Alex, glaube ich gesagt, ja. Oh man, der eine oder andere YouTuber wird es bestimmt kennen, was mir mal gerade wieder so toll widerfahren ist, ich wechsle auf mein RH 9, stelle das Mikro einmal aus, vergesst das Mikro anzustellen und verpasse euch eigentlich diesen schicken Angriff hier zu zeigen, denn hier habe ich jetzt schon einmal Event und einmal, ähm, mein, also einmal die Skibachi Event und einmal das Clan Event gespielt, hier habe ich mich halt mit diesen Truppen für einen Queen Walk entschieden, ähm, ich kann das, ich kann das kurz mal mitdokumentieren, aber ich lasse das mal in zweifacher Geschwindigkeit abspielen, so, die Queen sollte jetzt erstmal irgendeinen Weg gehen, welchen war mir eigentlich egal, hier schon mal ein bisschen vorgeklärt, mit so ein paar Magiern und ein paar Bogenschützen, jetzt geht es hier mit der Masse in diese Base rein, jetzt können die schon mal gar nicht mehr, die können jetzt nicht mehr woanders rein, alles andere hier in die Kaserne zum Beispiel ist viel zu weit weg, das heißt also alles läuft in den Chor, Clanburg einfach mit reingeworfen, alles in einen Pott hier und auch die Barbaren habe ich hier, die wollte ich mir jetzt aufsparen für ein bisschen was außen, aber außen, da brauchte ich eigentlich gar nichts mehr und die zwei Sterne hätten mir hier gereicht, ich muss ja fünf Sterne machen und das wären dann drei Angriffe, zwei Sterne, ja, den habe ich jetzt einfach mal durchlaufen lassen und ihr seht das hier, ich mache ihn jetzt mal auf vier, viermal schnell, ähm, ja, den haben wir eben mal gedreihert, so stark, ja klar, war schon, er hat, er hat eine Base, aber es ist eine typische Farm Base und es war einiges im Ausbau und, ähm, den mache ich jetzt aber nochmal, ähm, denn ich habe exakt die gleiche Armee sowieso wieder fertig, weil meine Heldinnen jetzt gar nicht gepennt haben, die mache ich komplett in Heilung, 1 zu 1 fast diese Base, fast, diese Base hier ist fast 1 zu 1, ähm, die nehmen wir auch wieder mit, die nehmen wir, ist egal, die nehmen wir mal so mit, alles fürs Event hier, da brauchen wir nicht so lange suchen, dann gehe ich jetzt aber mal von, von dieser Seite hier oben vor und mache das auch wieder mit dem Queen Walk, ich mache den mal fast so identisch wie, wie den anderen eben, mal sehen, wann die jetzt gleich auf mich schießen und die Queen, es wäre ganz schön, wenn sie jetzt hier ein bisschen weiter nach rechts angeht, da muss ich dann aber leider Sorge für tragen, dass hier diese Sachen hier weg, weg gemacht werden und dann kann die sicherlich dahingehend, die Zauberschlüsselbette bitte noch weg machen, ja, sehr schön, okay, die ist jetzt schon mal weg und dann, ähm, gucken wir mal, oder, das sieht fast so aus, das kommt da keine Clan, dann können wir hier schon mal die Riesen setzen, also ich komme hier einfach komplett, einfach über die andere Ecke rein und, ähm, muss hier allerdings jetzt auch schon so ein bisschen vorklingeln, dass mir hier nichts rausläuft, die Mauerbrecher hier reingesetzt, den King hier mit reingezogen, oh, Mauerbrecher, Mauerbrecher, ah, da, da geht's, so, da ist, da ist wie immer der Tesla, der jetzt da gleich hochploppt, und, was, da ist kein Tesla? doch, ich wollte es gerade sagen, ich dachte gerade, da ist kein Tesla, das wäre nicht die Base, die ich kenne, wenn da kein Tesla wäre, ähm, also, wie gesagt, typische Farmbase hier, den muss ich, ich spare mir, ich spare mir die Clanbook jetzt einmal auf, ach, die ganzen Barbaren gehen mir jetzt aber rum, das ist aber nicht so schlimm, glaube ich, ähm, ah, da hinten ist natürlich noch das Lager, ich glaube, ich spare mir das jetzt doch mal auf, ähm, mal sehen, hier hinten ist ja gar nichts eigentlich, da komme ich ja vielleicht noch an die dunklen Lager ran, mal gucken, mit den vielen Bogenschützinnen hier, äh, in der Mitte ist ja noch ganz gut was los, King ist noch da, keine Heilung ist mehr da, okay, den machen wir in jedem Fall nicht auf drei, aber das ist auch nicht so schlimm, kriegen wir da denn wohl das Dunkle noch, äh, ich glaube mal, ja, da haben die 500 Dunkles, die entgegen uns jetzt, aber wir haben in jedem Fall die zwei Sterne, ähm, ich habe zwei, zwei Fliegen hier geschlagen, nämlich einmal, wieder einmal ein bisschen mehr Event, und jetzt habt ihr sogar zwei R9 Angriffe gesehen, den einen in voll Vorspul, und den anderen, ich denke mal, ja, das spare ich mir nur wegen den 515 jetzt meine Clanbook hier vorgeigen, das mache ich nicht, und, na, ärgert nicht, ärgerlich, aber ist halt oft, öfter mal so in den Livestreams bei mir ja sowieso, und ich habe es jetzt mal für das Event gemacht, das war jetzt nicht so super viel Dunkels, aber die Challenge ist hier komplett, und ich glaube, ich bin auch ganz gut noch, ja, ich bin auch ganz gut mit dabei, ähm, muss mal überlegen, was ich so als nächstes hier challenge, ähm, ich baue diese Truppe aber bis auf den Giftzauber, oh, bis auf den Giftzauber wieder nach, denn ich habe hier jetzt schon, ja, ich habe natürlich zweimal vergeicht, da habe ich mal einen Bogie zu wenig gehabt, oder einen Barbaren zu wenig gehabt, deswegen muss ich die nochmal vermehrt machen, und jetzt geht es aber auf das RH10, das habe ich euch schon geladen, wartet mal, ähm, Cock Solo, so, jetzt sind wir noch mal auf dem RH10 hier, und das ging jetzt auch mal ganz smooth rüber, und, ähm, der hat allerdings noch kein, der hat sich noch kein Event ausgesucht, ich muss mal gerade gucken, ich glaube, das Event, das ist mal so richtig billig, Earn two stars from multiplayer battles using sechs Wallbreakers, okay, das machen wir, sechs Maure habe ich ja eigentlich immer dabei, ach, diesmal nicht Glück gehabt, äh, da müssen wir gerade noch was wegschmeißen, ich glaube, oh, wir müssen hier sowieso was wegschmeißen, wartet mal, ich habe hier viel zu wenig Barbaren, glaube ich, ne, ähm, ich glaube, so viel brauche ich hier gar nicht, 19, irgendwas passt hier an dieser Armee nicht, irgendwas passt hier nicht, ähm, ähm, jetzt, 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 jetzt bin ich gerade verwirrt, wie viel muss ich mit dem RH10 nehmen, 24 Barbaren und 24 Bogenschützen, 24, äh, das ist doof, das ist doof, entschuldigt, dass ich gerade ein bisschen umbauen muss hier, einmal kurz improvisieren, hier, jetzt haben wir zwar zu viele Barbaren, jetzt haben wir 26, aber es ist nicht so schlimm, also ähnliche Armee hier, außer, dass ich hier natürlich noch mal 20 Truppen mehr habe, noch mal ein Zauber mehr habe, habe hier riesener Klammuck, das ist natürlich super für meine Heiler, und dann lange, kurze, lange, lange, kurze Rede, kurzer Sinn, äh, nein, nicht, nicht in den Klankrieg, nicht hier rein, alter, jetzt geht's aber, man, 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 jetzt geht's aber los, und, oh, R9er, aber ich will hier tatsächlich ein bisschen Lot haben, also ein bisschen darf es sich schon, glaube ich, sich schon lohnen, ne, so einer, so einer hier, den nehme ich gerne mit hier, kein Infernus, befundes Opfer, ja, ich komme natürlich nicht so ganz durch die Base durch, denke ich mal, mit der Truppe hier unten, äh, Luftabwehren sind da, hm, was meint er, wie kann, wie kann man hier reingehen, dass man hier in die Mitte den dicken Pot holt, ähm, ich glaube, wir können hier trotzdem mit, ich glaube, wir können hier trotzdem so reingehen, ich denke mal, wir können hier so einfach mal reingehen, vier Heiler hinterher, so, die Bola, und die Magier müssen hier ein Klein-Funnel schlagen, ich lasse die erstmal Funnel, ähm, jetzt sind die zwar schon da durch, das ist aber nicht so schlimm, so, und dann geben wir hier nochmal, äh, äh, der Ballon muss sterben, der Ballon muss hier sterben, weil das macht erstmal nichts hier, ich, ähm, kann erstmal ganz normal so weiter trotten, auch nö, jetzt ist der Ballon hier immer noch da, ach, so ein Mist los, wenigstens der muss weg, alles andere stört mich hier nämlich nicht, oder sagen wir mal so, nicht wirklich, so, da war er, okay, da ist jetzt der Sprung, mal sehen, ob wir hier jetzt meine Barbaren reinkriegen, kriegen wir die Barbaren hier rein, das sieht ganz gut aus, dass sie da in jedem Fall die Mitte nochmal anpeilen, dann nehmen wir die auf jeden Fall volle Pulle hier in Wut, mal sehen, ob die hier was reißen, oder ob da eine Doppelriesenbombe in der Mitte rumeiert, nein, da ist, da hinten ist ja der Hammer, okay, da hat die Queen, die Queen hat es jetzt gerissen, alter Tutu, Tutu, heute geht es aber, der Ballon immer noch am Leben da hinten, aber egal, alles egal, um Gottes Willen, war das ein Angriff, naja, 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 das war mir recht als schlecht, hier hinten immer noch schön, Bowler in Heilung, ihr seht das gerade nicht, ich muss mal ein bisschen, ein bisschen näher reingehen, ja, hier sind die immer noch in Heilung, und jetzt macht doch den Ballon da weg, ich habe es nicht geschafft, mit zwei Gift den Ballon wegzumachen, ist auch nicht schlecht, naja, da muss meine Queen jetzt leider dran glauben, und jetzt, jetzt glauben auch endlich die Bowler dran, aber der Kollege hier hat seinen Lava-Hund jetzt, spätestens jetzt nicht mehr, und, und, schaffen die das? Die Bogenschützin? Nein, schafft sie leider nicht, okay, aber 85% sind, sind ja ganz in Ordnung hier, es geht so, sagen wir mal so, es geht so, ja, das Gold ist in Ordnung, ich mache eh immer mit nur Mauern, ah, vom Dunklen, das wollen wir mal nicht abstoßen, mit der Truppe hier, sie ist ja jetzt nicht so super teuer, was kostet sie, ja, 2,850, brauche ich im Moment nichts an Elex, mache hier natürlich gerne das Event, habe es heute auch, ja, hier habe ich es auch schon einmal gemacht, und natürlich auch wieder verpennt, und wieso habe ich den nicht completed? Zwei Sterne, habe ich jetzt nur einen Stern gemacht? Ich habe doch zwei Sterne gemacht, oh Mann, Alter, ist ja wie bei der Sendung mit der Maus, aus die Maus, oh Mist, okay, Hammer verpeilt, habe da gesehen, habe da gesehen, muss ich nichts mehr zu sagen, und den Hund baue ich eben und baut, dann baut mir den nämlich kein anderer hier, wenn ich das ansage, das ist hier so ein unbeschriebenes Gesetz, dann kann ich den bauen und ihn spenden, okay, dann springe ich auf das R10, boah, heute ist echt, ist ja eine komische Folge, also RH11 weiter, RH11 weiter, jetzt sage ich schon RH10 weiter, nein, RH11 weiter, jetzt haben wir jetzt mal die Sorge getragen, dass ich bis sechs zählen kann, dass ich jetzt auch sechs Mauerbrecher gleich dabei habe, für dieses ja total billige Clanspiel, Mann, 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 was habe ich denn hier eigentlich zu schaffen, oh, hier muss ich noch ein bisschen Elex reinballern, okay, also hier sind wir auf meinem Main-Account, mit meinem Main-Account meine ich eigentlich, eigentlich, eigentlich nur, es sind ja alles meine Main-Accounts, eigentlich mein höchsten Account, mein RH11 hier, und ihr seht das hier, ich habe jetzt keine, keine so tolle Truppe dabei, denn ich habe zwei Helden im Ausbau, also Queen und Warden gehen im Moment hoch, ich habe ein paar Main an der Clanburg, und habe hier, ja, ich habe hier mal so ein Trübchen, Trübchen beisammen, hier wollte ich nicht reingehen heute, sondern ich wollte hier reingehen, wollte an dem Matchen machen hier, und greife auch ganz gerne eigentlich alles an, was mir hier unter die Flinte kommt, ich will erst mal nur das Event spielen, und dann farme ich weiter, so gehe ich eigentlich vor, aber wenn ich jetzt erst farme, 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 stundenlang, tagelang, dann stelle ich plötzlich fest, zwei Stunden vor Eventende, ach du Scheiße, da war doch noch was, und das will ich diesmal umgehen, indem ich hier relativ zeitnah, zumindest das Event spiele, und hier habe ich jetzt fast keine andere Chance, als wirklich die Heiler mit den Riesen in die Base reinzuwerfen, denn keine Queen, kein Warden dahinter, das macht die ganze Sache nicht einfacher, Oh Mann ey, also das ist echt eine verpeilte Gibatsch Folge hier, denn wir können uns mal eben diese Base hier angucken, wer genau hingeguckt hat, am Ende des Schnitts gab es diese Base hier, wo hier die Queen und der King hier auf der Ecke sind, und die Base hatte ich mir vorgenommen, die habe ich auch geschafft, und habe jetzt echt nur noch ein paar Minuten, das was ich nicht geschafft habe, ist das Event hier, in zwei Angriffen nicht mal 500.000 gepackt, naja ist egal, ich habe jetzt noch neun Minuten Zeit, meine Truppen sind jetzt gerade erst wieder so fertig geworden, und gibt es ja gar nicht, gibt es gar nicht, ey, wie verpeilt ich heute bin, naja gut, dann müsste er mich jetzt noch ein paar Minuten länger ertragen, ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm, und gucken wir mal, dass wir jetzt wenigstens einen Gegner finden, und dieses Event hier wenigstens abschließen, vielleicht schauen wir noch ein Gibatsch, mal gucken, also nochmal einen Punkt drauf, naja, der war schon mal gar nicht so schlecht, ich habe auch eben in dem Angriff über 4000 Dunkels geholt, denn da war ich richtig nass auf das Dunkle, so wie eigentlich hier, aber der ist mir doch ein bisschen zu stark für meine Armee, ich möchte ja doch schon gewinnen, das ist auch immer das Problem, das Event mit Gibatsch heißt ja, Gewinne XX Kämpfe, ja, und diesen hier, den könnte man natürlich gewinnen, Adler tot, Infernus tot, Rest ist, er hat 10 Niveau, hier nehmen wir sicherlich ein bisschen was mit, er hat jetzt nicht so super viel Dunkels, aber er hat den Rest hier ganz gut, und ich denke mal, bevor mir die Zeit davon läuft, und gleich so ein Kreuz da steht, das wäre richtig blöde, nehmen wir uns lieber diese Base hier mit, ah, wir kommen doch rein, ich dachte jetzt, wir kommen hier auch schon wieder nicht rein, und die Bogenschütze hier mal so ein bisschen dahinter gezogen, die gehen jetzt sowieso ja alle durch die Lücke da, das ist auch nicht ganz so schlimm, mal sehen, wir setzen hier irgendwo mal unseren, wir setzen hier irgendwo mal unseren Sprung an, das ist nicht so tragisch, so, jetzt gehen hier die ganzen Babs mit rein, das ist natürlich super, dass da welche außen rum gehen, und sich als Opfer fühlen, wir nehmen die Clanbook hier ruhig mal mit, oh, da gehen schon so ein paar in die Mitte rein, das ist natürlich krass, die wuteln wir hier auch durch, der wird ja sicherlich nichts da oben großartig in den Sammler haben, beziehungsweise in den dunklen Elixierpott, so, dann, wo sind wir denn eigentlich noch ganz gut zugegangen, ach, ich hatte einen Golem in der Clanbook, ne, kann das sein, ach, nee, den hatte ich glaube ich mit, oder, ich weiß es jetzt gar nicht so genau, aber ich denke mal, wir bringen hier unten die, die Bowler-Meute nochmal so richtig in Wallung jetzt, und haben immer noch einen, vor allen Dingen einen, einen Zauber über, den können wir auch verbraten, die verbrate ich auch eigentlich immer ganz gerne, ich kann, ich kann euch auch den Grund nennen, denn es gibt natürlich die, die hier Zauberspenden als Event haben, und deswegen mache ich den Pott ruhig, ruhig frei, also ich mache, ihr seht das ja hier, ich habe keine einzige Truppe mehr, um denen einfach auch einen Gefallen zu tun, wenn ich gleich wieder Spende, Spende fordere, dass die auch ihr Event zu Ende bringen können, denn mit dem Avatar in dem Clan, muss ich sagen, da ist das Spenden-Event nicht so gut platziert, da schafft man es leider nicht, 10 Zauber in 20 Stunden zu spenden, deswegen nehme ich das Event noch nicht so gerne, so, jetzt haben wir nicht mehr viele Truppen, aber noch 131.000 in diesen beiden Pötten, mal gucken, der Golem wird da geheilt, und der 52 Sekunden, der eine Bowler, zwei Bogenschütze, mal gucken, mal gucken, der Golem tankt jetzt auf jeden Fall, ja, mal sehen, der Bowler, irgendwie wenigstens noch das Lager da, also es wäre ja nicht schlecht, wenn der jetzt zerspringt, der, ja, da zerspringt er, ah ne, der ist noch gar nicht ganz kaputt, ah, super, wir kriegen doch noch das eine Lager, lieber Bowler, auch was kommt da denn noch, da kommen noch zwei Bogenschütze, wie niedlich, ja super, ich glaube, dann schaffen wir den doch auf 100%, wenn die jetzt noch ein bisschen Gas geben, kommt, ein bisschen PS müsst ihr noch machen, na na na, lass doch was, oh, jetzt nimmt er sich das Lager vor, zwölf Sekunden, na, packen die das wohl in zehn Sekunden, das Lager noch runterzuballern, das ist ja nicht mehr ganz so voll, mal sehen, lassen wir dem Gegner noch was über hier, oder lassen wir ihm nichts mehr über, doch, wir lassen ihn noch 22.000 über, okay, okay, jetzt haben wir hier auf jeden Fall das Event gespielt, wir haben das Gibatsch hier auch noch mal rum, endlich, meine Herr, jetzt habe ich wenigstens ein paar Punkte, ein paar Punkte mehr im Pod, wo bin ich eigentlich hier so aufgestellt, im unteren Drittel, mittleres Drittel, okay, jetzt muss man mal ein bisschen spielen hier, ah ja, wie viel haben wir hier gemacht, aber ich habe jetzt schon wieder einen auf dem Deckel mehr, ja, gegenüber dem, was ich ja eben gespielt habe, das ist natürlich auch ein bisschen doof, und dann fordern wir hier nochmal komplett an, Request, ja, so, jetzt bin ich mal durch, also, wir haben hier schön ein Gibatsch-Event, glaube ich, gespielt, mit Rathaus 8, 9 und 10 und 11, und ich denke mal, ihr habt so ein paar verschiedene Varianten gesehen, die kann man ja noch ganz, ganz anders umwandeln, ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, in, ab welcher Liga ihr dieses Event gar nicht mehr macht, denn ich kriege ja jedes Mal, hatte ich ja gesagt, die Krise, wenn ich mit meinen Accounts irgendwo in Champions stecke, der hat jetzt auch schon wieder, oh, der muss wieder runter, und plötzlich ist das Gibatsch-Event, und dann stehst du da, ach hey, du musst mit Batsch angreifen, und Riesen, oh Gott, oh Gott, aber das kann man ja auch ganz, ganz verschieden machen, man kann ja auch in irgendeinem Angriff mit ganz vielen Bohlern einfach 24 Barbaren mit reinnehmen, und dann hat man natürlich dementsprechend mal Angriffe, und ich hoffe, die Folge auf dem Sonntag hat euch trotzdem gut gefallen, ich wünsche euch für den Wochenstart, morgen alles Gute, und bis dahin, euer Toto, flasht.